Was ist die eine kritische Infrastruktur? Was ist die an der Stelle auch angreifbar? Insofern müssen wir die Voraussetzungen schaffen, um die Cybersicherheit zu erhöhen, damit Angriffe nicht stattfinden können. Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Bevölkerung sensibilisieren. Wir müssen die technischen Voraussetzungen schaffen, um Cyberangriffe abzuwehren und insbesondere auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit wir die Instrumente, die heute benötigt werden, einsetzen können.